Puls. Duo Informale. Der spontane Meinungs-Podcast mit Ari und Meini. Was? Hallo, hot or not. Ach du meine Güte. Sehe ich auf dem Tisch. Hallo, ich sehe auch eine Aubergine. Ach so, das ist hier richtig wörtlich zu nehmen. Ich sage aber erstmal, hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörer. Hallo Ariane, hallo liebe Menschen am Podcast-Empfangsendgerät. Mensch, das haben wir jetzt schon ein bisschen verbrannt. Das haben wir sehr gut gemacht. Also wenn ihr Multitasking auch hören könnt, dann habt ihr das jetzt verstanden, was wir gesagt haben. Wir sind Sebastian Malberg und Ariane Alter. Wir haben einen Podcast zusammen, der heißt Du Informalo und wir wissen von nichts. Das ist eigentlich das Prinzip von diesem Podcast. Wir lieben es sehr. Wir kommen in diesen Raum. Es gibt ein kleines Bilderrätsel und wir müssen gucken, worum geht es denn heute eigentlich? Und dann geht es natürlich auch um unsere Meinung. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja, aber bevor ihr jetzt gleich wieder abschaltet, weil ihr denkt, so viel Meinung und nur Meinung, das gibt es ja sowieso genug im Podcast-Markt und auch im Internet. Das brauche ich jetzt nicht. Nein, wir haben nicht nur unsere Meinung. Die haben wir auch. Die werden wir ja auch kundtun. Wir haben aber auch eine sehr smarte Redaktion, die uns jetzt hier gemeinsam mit Wissen und Fakten versorgen wird. Und so werden wir am Ende alle ein Stückchen schlauer sein. Ah, freue ich mich jetzt. Wir alle gemeinsam. Das finde ich gut. Und heute geht es um Auberginen, gebrochene Herzen. Naja, es geht um irgendwas mit, also entweder ist, also es ist halt so ein, entweder so ein, irgendwas mit Sex, Flirten, Tinder, Daten. Hot or not. Hot or not daten. Also hier gibt es so kleine Karten, da steht hot or not drauf. Weil guck mal, Herz, also das Herz, was bei dir ist. Also wir haben hier Requisiten auf dem Tisch. Es ist bestimmt ein Emoji. Es ist ein Handy, eine Aubergine und das gebrochene Herz. Ach, das gebrochen, das sehe ich gar nicht. Ah, jetzt, ich habe nicht gesehen, dass es gebrochen ist. Okay. Ich sage, macht Online-Daten die Liebe kaputt. Wow. Hm, danke. Ich habe so einen Durst, ich trinke erst mal was. Ja, logge ich ein. Also ich meine, das finde ich irgendwie nachvollziehbar. Ich frage mich, wer, welches perverse, hat sich überlegt, dass das Auberginen-Emoji das Synonym für Penis ist? Es gibt doch nichts Schlimmeres als eine Auberginen. Es ist dunkel lila. Also das ist ja schon mal ein gebrochener Pimmel. Dann wird es nach unten hin dicker, aber so tropfenförmig. Es ist ja wirklich ganz schlimm. Ja, aber ich müsste mal wirklich durchgucken, ob es überhaupt ein Emoji gibt oder ein Gemüse. Eine Banane, ein Baguette. Mein Gott, das Baguette. Eine Banane ist gelb. Na und, aber es ist doch besser als lila. Ich hätte wirklich, also wenn es zum Vollen kommt, hätte ich gerne lieber ein Stichgelb als ein tiefes Lila vor mir. Ja gut, also ich hätte auch nicht so gerne ein tiefes Lila, weil das, glaube ich, tut weh. Ja. Ja. Was ist das Thema heute? Ihr seid schon nah dran. Ihr könnt vielleicht auch nochmal das Handy anmachen kurz. Aha, das mache ich. Da seht ihr den Startbildschirm. Ah, es ist Fremdgehen. Oder so. Untreue. Kennt ihr dieses Meme? Ja, das Meme, da guckt der, da geht... Boyfriend Distracted. Genau, so heißt es. Da guckt der, für die, die es nicht vor Augen haben, aber ihr habt es bestimmt schon gesehen, weil es ein total bekanntes Meme ist. Da guckt also der Typ, ein Pärchen geht irgendwie die Straße lang und der Typ dreht sich um und guckt wem anders hinterher. Ja, und sie wundert sich. Und sie, naja, was heißt sie, sie wundert sich, sie ist schon ziemlich... Ist schon angepisst. ...not amused. Ja. Verständlicherweise. Und weil es auf einem Smartphone ist, sind wir da schon recht nah dran. Ihr habt ja auch schon die Dating-Apps zum Beispiel angesprochen. Also, liebe Ari, lieber Meini, heute wird es persönlich, privat, pikant, vielleicht sogar mal problematisch. Freut mich. Weil du, Informale, heute geht es um ein Thema, worüber vielleicht viele nicht so gerne sprechen und nicht so offen sprechen. Ein heimlicher, heißer Chat mit einer Internetbekanntschaft. Auf der Weihnachtsfeier mit dem netten Kollegen flirten und dem Beziehungsstatus verheimlichen oder trotz Freundin eben ein aktives Dating-Profil führen. Die australische Paartherapeutin Melanie Schilling, die hat dafür einen Begriff eingeführt. Micro-Cheating heißt der. Bedeutet so viel wie Mini-Betrügen, ein bisschen Fremdgehen. Also, es geht hier nicht um das klassische Fremdgehen, den Seitensprung mit Sex, sondern eben um die kleineren Varianten, die aber genauso gefährlich sein können. Einstiegscheaten kann man auch sagen. Du meinst, Einstiegs-Droge-Tinder. Genau. Deshalb an euch die Frage heute. Micro-Cheating. Ab wann ist es Fremdgehen? Also, ich glaube, Fremdgehen allgemein hängt natürlich sehr von der persönlichen Definition deiner Beziehung ab. Es gibt hier auch offene Beziehungen und ich glaube sogar, dass man in offenen Beziehungen fremdgehen kann, weil eine offene Beziehung muss ja auch irgendwelchen Regeln folgen und die kann man dann auch brechen. Aber deswegen, das ist glaube ich sozusagen, das kann für jeden und jede anders sein. Deswegen passe ich da jetzt ein bisschen auf, so ganz pauschal darüber jetzt zu urteilen. Aber wir reden ja jetzt auch über dich. Aber genau, was bei mir, also Fremdgehen oder Untreue, also mit Fremdgehen würde ich jetzt schon irgendwie tatsächlich assoziieren, dass man körperlich was miteinander hat, aber vielleicht ist das auch gar nicht richtig. Das wäre jetzt nur so aus dem Bauch heraus. Untreue fängt bestimmt früher an und ich glaube so im ersten Moment, aber vielleicht ändere ich das auch noch im Laufe des Podcasts beim Lernen und beim drüber nachdenken. Ich glaube, das hat für mich was mit einer aktiven Entscheidung zu tun. Also ich finde sozusagen sowas wie ein Flirt oder der von außen so aussieht wie ein Flirt, der sich zufällig ergibt. Beispielsweise, weil jetzt gerade das Thema aufkam, ja auf der Weihnachtsfeier unterhält man sich mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Angeregt. Angeregt und irgendwie ist ja vielleicht, ja ist ja vielleicht auch was dabei, dass man irgendwie so denkt, ach ja, also wir wären vielleicht auch irgendwie so ein Match. Also es ist ja so, finde ich, das darf man ja auch nicht weglügen, auch wenn man monogame Beziehungen lebt und das gut findet, trotzdem lebt man halt nicht im luftbeeren Raum. Und das kann ja sein, dass du eine andere auch hot findest. Die Frage ist, was machst du dann? Aber ich finde sozusagen so ein Flirt, der sich zufällig ergibt, wenn der beim, wenn nichts, kein körperlicher Austausch passiert, ist für mich keine Untreue und ist kein Fremdgehen. Aber ab wann fängt es denn an? Naja, wenn man sich aktiv dafür entscheidet. Also ich finde, wenn ich als, wenn ich in einer Beziehung ein Tinder-Profil mache, ohne das mit meiner Beziehung abgesprochen zu haben, weil ich vielleicht eine offene Beziehung leben möchte oder so, dann ist das für mich schon untreu. Weil das ist ja was sehr Aktives und warum mache ich das? Dass ich zufällig auf der Weihnachtsfeier denke, ach, jetzt habe ich mich echt eine Stunde lang nett mit dir unterhalten. Ja, ich habe dir in die Augen geguckt und dachte so, hui, die gefällt mir. Dann aber nicht weitergehe und sage, ich weiß, ich habe eine Beziehung, ich mache nichts. Das finde ich ist okay, das ist menschlich. Jetzt wollen wir das Ganze mal auf ein bisschen breitere Beine stellen. Eine Umfrage des Datingportals Elite Partner hat ergeben, Treue ist in Deutschland mit die wichtigste Bedingung in einer Beziehung. Was unter Treue oder Untreue aber verstanden wird, das ist eben ganz unterschiedlich. Ihr habt es schon erwähnt, das kann von Beziehung zu Beziehung anders sein, von Mensch zu Mensch, von Geschlecht zu Geschlecht. Und jetzt wissen wir aus der ersten Staffel von Duo Informale, dass unsere Community gerne mitdiskutiert und auch die Meinungen und Kommentare einbringen will. Und das haben wir uns gleich zu Herzen genommen und wollen euch jetzt mal, Ari und Meini, gleich zu Beginn ein Stimmungsbild in eure Diskussion mitgeben. Wir haben uns nämlich mal umgehört und wollten wissen, wo beginnt für euch denn Cheating? Für mich ist Cheating in der Beziehung schon, wenn man der Person Sachen verheimlicht. Also es kommt echt total darauf an, wie es gemacht wird, wenn meine Frau zum Beispiel sich mit einem Mann trifft, ohne dass ich was davon weiß zum Beispiel. Also für mich beginnt es dann, wenn er lügt, wenn er Apps wie Tinder und so weiter benutzt, wenn er Sachen verheimlicht. Ich würde sagen, wenn man unehrlich zueinander ist und eben Geheimnisse vor sich hat, die nicht sein müssen. Es beginnt im Kopf als erstes und dann, wenn man Nachrichten löscht oder sich heimlich einfach irgendwelche Heimlichtüren rein, da ist für mich beginnt Betrug. Und wenn du siehst, die andere Frau sieht so sexy aus, dann ist das auch für mich als Cheating. Wenn ich nur gucke? Ja! Dann schießt andere Frauen. Ja, ja, sehr unterschiedlich. Und ich, also, ich meine, das ist ja schon klar, dass das sehr unterschiedlich ist, aber es ist dann nochmal cool, das so zu hören, wie unterschiedlich die Leute doch ticken. Und ich bin wirklich zusammengezuckt bei dem, wenn du nur denkst, dass die andere Frau irgendwie sexy ist oder so. Ja, oder nachguckst. Oder nachguckst, weil, ja, also es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf das Setting an, wenn man jetzt wieder dieses Meme nimmt. Also, so ist es natürlich, dann ist das... Ja, machst du einfach Indie. Dann ist es blöd, weil das sozusagen ja auch total gegen deine Freundin geht, weil das ist ja dann sozusagen, das verletzt die in dem Moment. Aber wenn sozusagen man jetzt einfach nur das Gefühl hat in seinem Kopf, ja, Mensch, die ist halt auch hot, dann finde ich, ist das erstmal sehr menschlich. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn man all das, all das wirklich versucht auszublenden, krampfhaft, das sozusagen sich nicht traut zuzulassen, also nicht mal darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob das der Beziehung am Ende hilft. Man muss natürlich sagen, wenn du das Gefühl hast, du findest oder du hast dieser Frau zwei Sekunden zu lange hinterher geguckt oder angeguckt, dann muss ich mich fragen, wenn das für mich schon ein Problem ist, muss ich ja annehmen, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die viel attraktiver sind. Die vielleicht viel besser zu dir passen. Vielleicht wirst du irgendwann entdecken, ah, die Frau, die ist nicht nur schön, sondern die ist auch nett und dann bist du wahrscheinlich weg. Und deswegen verbiete ich dir, diese Frau anzugucken. Nur nicht, dass du in die Versuchung kommst. Und dann, glaube ich, würde es sehr, sehr ratsam sein, wenn man, ja, daran einfach arbeitet, dass man Selbstwert hat, bei dem man weiß, du, du kannst die Frau angucken. Die ist wirklich sehr attraktiv. Aber ich weiß ganz genau, was du an mir hast, das kann die gar nicht so schnell ersetzen und deswegen go for it. Also ich glaube, dass sowas, egal wie man, Menschen sind ganz unterschiedlich, aber ich glaube, dass sowas früher oder später bei fast allen Menschen zum Desaster führt, dass man so auf Krampf keine Beziehung festhalten kann. Und wer das schon für Untreue hält, in der Umfrage war auch einer drin, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber ja, wenn ich mich, wenn ich mich sozusagen ohne es zu sagen, mit einer Frau oder einem Mann treffe, also mit einem anderen Geschlecht, da denke ich mir so, Moment mal, wenn, also, wenn das Treffen im Sinne von, hey, irgendwie Bekannte oder so gemeint ist, das kann ich vielleicht erzählen, aber wenn ich das jetzt gerade aus welchen Gründen auch immer nicht erzählen will oder vielleicht gar nicht dran denke, also ich muss ja nicht meinen kompletten Terminkalender in meiner Beziehung offenlegen und nur weil das jetzt eine Frau ist, muss ich ja nicht sagen, übrigens, ich bin da morgen Abend mit einer Frau verabredet. Ich wollte dir nur sagen, die hat, die kenne ich nur, XX-Chromosome, ich wollte es nur sagen, also ich finde sie gänzlich unattraktiv, vielleicht muss ich das auch sagen, aber ich meine, ich bin auch nur in dem Fall ein Mann oder andersrum eine Frau oder je nachdem, wie sexuell ihr verlagert seid. Und ich muss tatsächlich sagen, es kann sein, dass du eine Beziehung führst, bei der du gelernt hast, A, Eifersucht ist Liebe und deswegen muss ich jetzt eifersüchtig sein, deswegen muss ich dich jetzt einsperren und, 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 weil sonst hast du das Gefühl, du bist mir egal. Nein, vollkommener Bullshit, glaube ich, aber wenn du so aufgewachsen bist, woher sollst du es wissen? So, also du triffst jemanden, verliebst dich, dann gibt es da positive Seiten, dann gibt es da negative Seiten und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich dieses Gesamtpaket, weil es gibt nichts, meiner Meinung nach, nichts respektloseres, abwertendes und unmenschlicheres, als zu sagen, ich liebe dich, aber nur wenn du so und so und so und so dich änderst. Das ist ja sowieso meine These, ich finde, die macht es eigentlich auch leichter. Ich finde ja, dass, also ich glaube ganz fest, dass wenn es diesen Ideal, diesen aufgemalten Idealmenschen, wenn der dir gegenüber sitzt, dass das am Ende dazu führen würde, dass du zwar vielleicht im ersten Moment euphorisch bist und denkst, boah, geil, und dann wird es langweilig. Und deswegen, glaube ich, ist dieses scheinbar Unperfekte manchmal eigentlich am Ende das perfekte Match, gerade für so eine dauerhafte Beziehung, weil man sich gegenseitig eben dann auch inspirieren kann und so. An der Stelle würde ich jetzt gerne mal die Wissenschaft zurate ziehen. Die Psychologie beschäftigt sich ja mit dem Thema Treue beziehungsweise Untreue auch sehr stark, mittlerweile auch mit Microcheats und wir haben uns wie immer Expertise aus der Praxis dazu geholt. Heute unter anderem mit dem Paar- und Sexualtherapeuten Robert Cordes aus Berlin. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Beziehungsdynamik und zu ihm kommen regelmäßig Paare in Krisen und da spielt das Thema Untreue oft eine Rolle. Natürlich auch das Thema Verbieten und Nicht-Verbieten, was ihr schon angesprochen habt. Und wenn es dann um die Untreue geht, da muss er dann erstmal auf die Suche gehen, sagt er. Treue bedeutet natürlich grundsätzlich erstmal das, was jeder Einzelne entweder bewusst oder unbewusst an Bedeutung diesem Begriff auch zubringt oder auch zuschreibt. Also es gibt eben keine Treue oder Untreue an sich und meistens eben steckt dahinter, dass man vor einem bestimmten Vertrag untreu geworden ist. Und der Vertrag kann zum Beispiel innerhalb einer Beziehung stattfinden oder auch gesellschaftlich. Also er spricht jetzt hier von einem Vertrag, den man miteinander eingeht. Im Idealfall hat man den in einer Beziehung vielleicht auch schon mal angesprochen, aber ich glaube, dass das die wenigsten tatsächlich aktiv tun oder getan haben. Habt ihr das schon mal getan mit euren Partnern, euren Partnerinnen darüber gesprochen, wann etwas Untreue ist? Ja, also ich sag mal so, ich glaube, wir haben es nicht besprochen. Also da ist die Grenze. Ich glaube, es ist ein gefühltes Ding. Ich glaube aber auch für mich, ich hoffe, mein Mann wird das nie hören, dass Fremdgehen oder Untreue eher ein Symptom ist. Und jetzt ist die Frage, was ist schlimmer, das Symptom oder die Ursache? Und ich glaube, das ist Definition für jeden Einzelnen, ganz individuell, ist das Symptom quasi, wenn es dazu kommt, schon das Ende der Beziehung. Oder, und da glaube ich, wäre ich eher dabei, ich würde sagen, das ist eine starke Krankheit unserer Beziehung gerade, aber ich glaube, wir können sie lösen. Oder ich würde wenigstens versuchen, sowohl das Symptom zu vergessen, als auch die Ursache zu lösen. Das denke ich auch. Also ich glaube, man muss sich diese Ursache dann eben anschauen und gucken, ob sie lösbar ist oder ob das was Tieferes ist. Nämlich zum Beispiel, dass, okay, es passt einfach hinten und vorne nicht mehr bei uns und hat es vielleicht noch nie oder was weiß ich was und dann ist es das auch nicht. Oder wenn derjenige oder diejenige notorische Fremdgeherin oder Fremdgeher ist, dann natürlich geht es auch nicht, weil dann ist es sozusagen eher das Problem dieser fremdgehenden Person. Aber ich glaube auch, in ganz vielen Fällen... Oder macht man die Beziehung auf, geht ja auch. Ja, gut, wenn man damit leben kann und so. Ich glaube, in ganz vielen Fällen lässt sich das aber eigentlich lösen. Und vielleicht führen manchmal auch so diese sehr, sehr krampfhaften Beziehungen, wo viel verboten wird und nicht darüber gesprochen wird, dazu, dass dann irgendwann jemand sozusagen das als Ventil nutzt und sagt, ich muss jetzt hier einfach ausbrechen. Wenn man von Anfang an irgendwie offen darüber spricht, kann man vielleicht auch vorher schon was lösen, was sich da so irgendwie anbahnt. Mein Ex-Freund und ich hatten mal eine Diskussion und wir hatten ein befreundetes... Und dann war er dein Ex-Freund. Ja, ziemlich schnell. Und wir hatten ein befreundetes Paar und die... Also er saß... Kann ich das erzählen? Ja, sonst hätte ich auch so ein spicy Beispiel. Ich glaube, ja. Also, wir saßen bei ihm in der Wohnung und sie war im Urlaub mit den Girls. Und wir wussten, ja, ach, das ist ja ein Ding und die hatten auch ein Kind und so. Und meinten wir, ah ja, und wie fühlst du dich? Und dann meinte er, naja, wenn Sarah zurückkommt und meine Frau ist und die Mutter meines Kindes, dann ist mir das egal, was die da in dieser Woche macht. Das lasse ich ihr dann einfach. Und darüber initiiert quasi, haben wir darüber geredet und dann haben wir uns den Tipp gegeben, weil wir dachten, es dauert ja noch ein bisschen mit der Beziehung, nicht? Wenn es mal dazu kommen sollte und es bedeutet nichts, wage es nicht, es mir zu erzählen. Und dann haben wir da beide Ja zu gesagt und dann ging das Kopfkino los. Wo ist denn der jetzt? Der muss mir das ja... Ich habe ja gesagt, der soll das nicht sagen. Ist das jetzt ein Freifahrtschein? Und für mich fühlte es sich so an, darf ich das jetzt, wenn ich es nicht sage? Wie haben wir das denn gemeint? Oh Gott. Und dann ist alles eskaliert. In einer aufwachsenen Beziehung, da hat man nochmal drüber geredet, haben wir dann doch gelesen. Das glaube ich auch, also dass wenn du selbst, du hast dich natürlich selbst nicht anlügen, wenn du selbst davon überzeugt bist, okay, ich bin da jetzt fremdgegangen und es hat wirklich, 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 und das weiß ich ganz tief, keinerlei Bedeutung, weil meine Beziehung ist toll, meine Frau ist toll und so weiter, dann würde ich auch sagen, dann besser nicht erzählen. Und ich habe auch da ein gutes Beispiel von einem Freund, von dem ich weiß, ist jetzt schon viele Jahre her, dass der, obwohl er in einer sehr glücklichen Beziehung war, und ich glaube, das stimmt auch im Nachhinein, dass das eine glückliche Beziehung war. Die gibt es aber nicht mehr. Doch, die gibt es noch. Ah ja, sehr gut. Und die, sie gibt es noch und ist mittlerweile eine glückliche Familie und so. Und der hatte einfach irgendwann mal so den, den Drang irgendwie, konnte es gar nicht so richtig sagen, aber das war dann irgendwann so, ich muss mal, also wir waren auch schon ewig zusammen und so, ich muss mal irgendwie was, ich muss mal was mit einem anderen haben. Und dann ergab sich eben so, wie das halt so ist, auch irgendwie eher über Zufälle war da eben so eine. Und dann hat er lange hin und her und kann ich das machen und ach, jetzt treffe ich mich mal mit der. Und dann war natürlich schon klar, was passiert. Ist auch passiert. Und dann kam er ganz ernüchtert hinterher sozusagen, also was heißt nicht direkt hinterher, sondern irgendwann, als wir wieder gelabert haben, wieder so zu uns Jungs so und hat gesagt, ey, das war ja gar nicht so aufregend. Das ist so oft bei Typen, auch bei Frauen, aber auch bei Typen. Ich habe so viele Freunde, die sagen, oh Mensch, ich habe mich gar nicht ausgelebt, ich muss mal ausgelebt. Soll ich mich trennen? Ariane, sag doch mal. Und dann meinte ich, du, probier, trenn dich nicht. Probier es eine Nacht aus, geh in den Club und dann guck sie mal an. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich alles so ist wie im Film. Und dann treffen sich die Blicke und dann ist alles klar. Genau so, diese Vorstellung war so überhöht und so krass, dass es auch fast nicht ausgehalten hat. Dann hat er es gemacht, das war sozusagen, also ich meine, ich war nicht dabei, zum Glück. Aber das ist ja auch klar. Ich meine, einmal eine Nacht mit einer fremden Person, das ist in den allerseltensten Fällen, ist das Wahnsinn und aufregend und so weiter. Und natürlich kam er zurück und war geläutert. Und ich kann es heute sagen, so aus meiner Beobachtung, das ist, wie gesagt, eine sehr glückliche Familie. Es ist meines Wissens auch nur das eine Mal passiert. Und es hat, glaube ich, sein Commitment zu dieser Beziehung noch richtig gestärkt. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn er das offengelegt hätte damals. Das, was ihr sagt, das bestätigt auch unser sexualem Paartherapeut Robert Cordes aus Berlin. Also wir nehmen auch noch Termine an, Leute. Der nämlich sagt, ja, also es kann schon spezielle Auswirkungen haben und zwar nicht nur positive, wenn man einen Seitensprung oder einen Microcheat eben dem Partner, der Partnerin mitteilt. Man sollte eben nicht unbedingt alles mitteilen, sondern sich eher fragen, welche Auswirkungen hat das? Manchmal ist es eben auch so, dass wir mit Partnern zu tun haben, die alles Mögliche auch detailreich dem anderen erzählen, um den eben auch ein Stück weit zu verletzen. Also nicht jedes Mitteilen ist im Rahmen von Wahrhaftigkeit zu verstehen. So nach dem Motto, ich will ja nur ehrlich sein. Sondern manchmal können eben Dinge auch verletzend sein. Können Gedankengänge eben auch, die ich offen kunde oder die ich offenbare, auch dazu geeignet sein, meinen Partner zu verunsichern, klein zu halten und so weiter. Also fragt euch immer oder fragen Sie sich immer, was sind die Auswirkungen meiner Handlung, wenn ich jetzt darüber spreche, was ist eigentlich meine Intention dabei? Also in keiner menschlichen Beziehung ist es gut, alles zu erzählen. Also das wäre genauso, was soll man denn mit der Information machen? Oh, ja, ich habe eine Kollegin, die ist wirklich sehr attraktiv, Ariane. Und mit der habe ich darüber geredet, was weiß ich, was wir für einen Abschluss dieses Jahr machen. Was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Ich kann, ich bin komplett kontrolllos. Denk mir natürlich jetzt, soll das jetzt was mit mir auslösen oder nicht? Du könntest sagen, lade dich doch mal ein zu so einem gemütlichen Abendessen. Genau, und dann kratze ich die Augen aus. Also da, dann denke ich mir auch immer, meine Güte, ey. Sag ein bisschen Respekt vom anderen. Wenn es die Schwelle, das betrifft dich und da kannst du mittätig werden, übertritt, hau raus. Aber bitte doch nicht. Vor allem, kleiner Tipp an alle da draußen, vor allem, wenn man sich trennt, bitte nicht ehrlich sein. Sagt einfach, ich habe keine Gefühle mehr. Bitte nicht sagen, naja, und am 14.8. Da habe ich meine Kollegin angeguckt, dann fand ich die viel schöner als dich und dann habe ich mich da verliebt. Dann habe ich da noch ein paar Monate rumgepimmelt und mittlerweile frage ich mich, ob ich dich jemals geliebt habe. Also das war es für die letzten acht Jahre. Ich sage tschau und mach's gut. Alles klar. Gut, danke. Wir sprechen jetzt viel über die individuelle Ebene, wann jemand einen kleinen Fremdflirt, ein heimliches Tinder-Profil als Betrug wahrnimmt. Aber es gibt natürlich auch noch die gesellschaftliche Ebene dabei. Da ist unsere Erziehung entscheidend, unsere kulturelle Prägung, die Rollenbilder, die uns über die Werbung so verkauft werden. Der Zeitgeist, also nur ein Beispiel, die 68er-Generation ist mit freier Liebe in Kommunen sicher anders umgegangen als die prüdere Nachkriegsgeneration in Deutschland. Und jetzt leben wir 2024 in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, Zeiten, in Zeiten von digitalen Medien. Wir optimieren uns selbst und unsere Beziehungen vergleichen uns auch mit anderen auf Instagram und Co. Und der Paartherapeut Robert Cordes, der meint, wir müssen uns vielleicht auch einfach mal eingestehen, dass der Partner in der monogamen Beziehung gar nicht alles erfüllen kann. Der Partner soll halt für alles herhalten. Man will vielleicht noch mit dem irgendwie ein Business begründen. Man will vielleicht die perfekten Urlaube, super tollen Sex und alles Mögliche sich noch entwickeln und dann vielleicht auch noch auf Reisen gehen und, und, und. Kinder und keine Ahnung was und noch gemeinsam berufliche Karrieren begründen. Und manchmal ist es eben so, dass das Ganze so überfrachtet ist und ich glaube, das ist ein Zeichen auch unserer Zeit, dass eben ein Partner für 15.000 Rollen quasi herhalten muss. Und dementsprechend natürlich auch ein sehr hoher Erwartungsdruck und auch so ein impliziter Druck da ist. Man muss eben alles Mögliche rausholen. Das, was der Herr Cordes sagt, finde ich, das ist ja auch total nachvollziehbar mit diesem Überfrachten. Das, das glaube ich, das macht man dann eben schnell, weil man dann sagt, okay, ich bin mit meinem Leben aus welchen Gründen nicht so ganz zufrieden und jetzt alles, was, wo ich unzufrieden bin. Das, da muss jetzt der Partner oder die Partnerin mit einem Eimer Konfetti kommen. Ich habe auch Filme gesehen, da war das auch so. Ja, letztendlich, ja genau. Also deswegen, das gab es auch schon vor Social Media, nur vielleicht war es nicht so präsent. Aber nach dem ersten Kuss hat alles aufgehört. Ja, aber sowas wie Pretty Woman ist ja genau so eine Geschichte im Prinzip, also um jetzt mal so die ganz alten Schmöge rausholen. Aber es endet, als sie zusammenkommen. Da sagt niemand, sag mal, kannst du den scheiß Klodeckel einfach mal zumachen? Weißt du, wie viele Bakterien hier rumschwören, wenn du abdrückst und den Klodeckel nicht zumacht? Das habe ich in letzter Zeit auch oft gehört. Das ging irgendwie rum, diese Studie. Das ist ein Ding. Und da sagt natürlich keiner, ach Mensch, so? Sondern, also meine, also das kommt ja auch gar nicht, ne? So, deswegen finde ich, sollte es mehr Filme geben, die auch mal 15, 15 Jahre später noch meinen kleinen Luca, ne? So, wo es einfach gar keine Dialoge gibt, sondern die sitzen da einfach, schweigen sich an. Weißt du, wie gut du aussahst in diesem Punktekleid und jetzt guck dich mal an. Naja, so, ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Rolle von einem Partner oder einer Partnerin heutzutage ist so gemein, weil die Konkurrenzveranstaltung nur ein Haus vielleicht manchmal weiter wohnt. Ein Klick weiter, ein Swipe weiter? Nee, ein Haus tatsächlich. Ach so, ein Haus weiter. Oder vielleicht eine Straße, man weiß es nicht. Und zwar, ich habe einen Partner, der soll mein bester Freund sein. Ich habe ganz oft Hochzeitsdokus gesehen und da haben die gesagt, du bist mein Liebhaber, du bist mein bester Freund, du wirst der Vater meiner Kinder, ich liebe dich. Also, mein bester Freund sollst du sein, mein Liebhaber, mein Partner, ein bisschen auch mein Vater. Also, wenn ich mal schwach bin, dann sollst du alles organisieren. Dann sollst du auch irgendwie mein Bruder sein, weil so verbunden, wie wir uns fühlen, ja? Das muss Familie sein. Und dann bitte mich noch überraschen und super kochen, vielen Dank. Und wenn du was, und es gibt nur dich, das ist ja klar. Weil sowas, was wir fühlen, kann nicht woanders sein. Und dann gibt es eine Wohnung weiter, ein Haus weiter, eine Straße weiter, eine Freundin. Und die darf, ja, die darf gut Tennis spielen und dann spiele ich nur mit der Tennis. Weil das ist die Sabrina, mit der ich Tennis spiele. Und dann gibt es noch die Lisa, mit der gehe ich am liebsten essen, weil wir unterhalten uns so cool. Und dann gibt es noch die Lena, mit der liebe ich ins Kino zu gehen, weil wir haben so den gleichen Vibe, was den Film angeht. Und bei Freunden dürften die ganz individuell sein. Und da darf man sich auch mit anderen treffen. Und dann ist das total okay, wenn die die Ecken und Kanten haben, bei denen man sagt, das nervt mich ein bisschen, aber naja, ist ja egal. So, aber der Partner darf das nicht. Und das finde ich schon sehr gemein. Gut, ich verbringe natürlich mit meinem Partner auch viel mehr Zeit als mit meinen Freunden, alles klar. Und nichtsdestotrotz sollte man ihm oder ihr zugestehen, naja, vielleicht darfst du auch mal ein bisschen individuell sein. Und vielleicht bist du gar nicht mein bester Freund, aber du bist der Mensch, der mir am nächsten ist, dem ich am meisten vertraue. Ist doch auch was. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir kommen jetzt zu einem kleinen Quiz, einem Test mit euch. Und zwar werden jetzt vielmehr die Fähnchen, die im Vordergrund liegen, relevant für euch. Und zwar, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass es Ende 2023 Ergebnisse zu einer Elite-Partnerumfrage gab. 6000 Menschen sind befragt worden und die Frage war, wann persönlich beginnt Untreue? Also die persönliche Einschätzung. Und bei der Auswertung wurden dann eben ausgewertet, ob Männer und Frauen da anders antworten. Und an der Stelle sei jetzt angemerkt, in der Umfrage wurden tatsächlich nur zwischen Männern und Frauen unterschieden. Und jetzt haben wir mit euch beiden ja jeweils einen Vertreter, eine Vertreterin eines Geschlechts da. Und jetzt wollen wir einfach mal gemeinsam diesen Fragebogen durchgehen und schauen, was ihr für Antworten gebt. Also, ihr habt jetzt einmal die Hot-Karte. Also, das wäre, wenn etwas für euch zu heiß ist und ein No-Go wäre sozusagen, wenn ihr rot seht. Und wenn ihr aber die jeweilige Aktion für unbedenklich haltet und das für euch noch kein Fremdgehen ist, dann könnt ihr die schwarze Not-Karte heben. Und ihr sagt uns jeweils ganz kurz, wie ihr dazu steht. Okay, legen wir los. Ari, vielleicht beginnst du dann jeweils mit den Antworten. Dann meine ich, wann beginnt für euch persönliche Untreue, wenn man sich heimlich Pornos anschaut? Not. Mach, was du willst. Also tatsächlich, nicht böse gemeint, mach wirklich, was du willst. Sag ich auch. Ist ein ganz normaler Film. Aber Fiktion. Auch wenn man es heimlich anschaut. Mach das gerne. Weil die Sexualtherapeutin aus München, Heike Melzer, die hat zum Thema der Auswirkungen von Pornografie, gerade in Bezug auf Heimlichkeit, Folgendes gesagt. Untreue fängt da an, wo Heimlichkeit Einzug hält und da Pornografie allgegenwärtig ist, denke ich, ist es etwas sehr Relevantes, was auch in der Beziehung besprochen gehört. Und deswegen braucht es nicht heimlich gespielt werden, dann ist es auch keine Untreue. Aber gerade wenn man den Partner erwischt, der zum Beispiel sexuell unlustig in der Partnerschaft ist und dann doch sehr wohl Lust hat und sich dort in der Pornografie abarbeitet. Und dann ist das etwas Relevantes für die Beziehung abarbeitet. Ja, gut, aber das ist was anderes. Also ich meine, wenn es in der Beziehung nicht läuft, sexuell, ist das was ganz anderes, als ob ich aus individuellen Gründen ein Porno gucke. Und da bin ich, ich meine, auch wenn die Frau Melzer vom Fach ist, ich bin trotzdem anderer Meinung, weil ich glaube sehr wohl, dass ich das, ohne es meiner Partnerin zu sagen, machen darf. Man kann vielleicht irgendwann grundsätzlich sich mal über unterhalten, hey, wie stehst du eigentlich dazu und so weiter. Das kann vielleicht sinnvoll sein, damit jetzt sozusagen niemand irgendwie da aus allen Wolken fällt, falls das doch mal irgendwie aufkommt. Aber dass man jetzt, ich finde es auch komisch, dass man jetzt sagt, du, ich habe heute Morgen, als ich noch Zeit hatte, da habe ich irgendwie mein Handy genommen und habe mir den Porno angeguckt. Und ja, wollte ich nur noch mal sagen und dann habe ich mir einen runtergeholt. Alles klar. Du, was möchtest du zum Mittagessen? Gut, dann Rosenkohl, sage ich. Kommen wir zur Frage 2 der Umfrage. Wenn man sexuelle Fantasien hat, in denen der, die Partnerin nicht vorkommt, ist das Fremdgehen? Nein. Not. Frage 3. Beim Flirten mit jemand anderem? Nein. Frage 4. Wenn man sich in jemand anderen verliebt, auch wenn weiter nichts passiert? Nein. Also ich finde, es ist nicht Cheaten. Nein. Weil es nicht, also es ist einfach ein, ja, kann passieren, aber ich weiß, was ich an dir habe. Und das wird auch vergehen. Weil am Ende muss man sagen, Verlieben ist ja jetzt nicht, oh Gott, Erik, Ariel, wir haben uns gefunden. Sondern es ist einfach am Ende des Tages ein chemischer Prozess in deinem Körper. Und dem kannst du nachgehen. Oder du kannst sagen, naja, das wird auch vergehen. Und dann ist es deine Entscheidung. Und wenn es nicht vergeht, dann entscheide dich bitte gegen mich und für sie. Alles cool. Und dann bist du mir meiner Meinung nach auch nicht fremdgegangen. Bei der Ari ist das Not-Schildchen sehr schnell hochgegangen. Und bei mir ist kein Schildchen hochgegangen, weil ich kurz drüber nachdenken musste. Also ich finde, das Gefühl, dass jetzt auf einmal da irgendwer ist und du denkst, ich finde die irgendwie gut, dafür kann man ja nichts. Und Untreue, das haben wir vorhin auch schon mal so gesagt, Untreue beginnt zumindest für mich, dann, wenn man aktiv dann irgendwas tut. Und wenn ich jetzt nichts mache, so war das jetzt ja auch formuliert, dann ist es für mich erstmal keine Untreue. Ein bisschen, warum ich jetzt so ein bisschen gezuckt habe hier mit dem Hot-Oder-Not-Schildchen war, glaube ich, weil mir nicht ganz klar war, was habe ich denn vielleicht doch schon getan, um überhaupt diesen Status des Verliebtseins zu erreichen. Weil ich finde, Verliebt ist eigentlich schon ein relativ großer Begriff. Das ist nicht so, ich finde die einfach hot. Hot finden kann ich sie schnell einmal sehen, ein Gespräch und dann denke ich so, die ist aber so. Aber Verlieben ist ja mehr. Und da habe ich nur so ein bisschen gefragt, kann man sich eigentlich so im Vorbeigehen verlieben? Geht schon klar. Du bist ja im stetigen Kontakt immer mit Leuten, das kann schon passieren. Also ich tendiere auch zu Not, wenn man sozusagen für das Verliebtsein nichts krass Aktives getan hat. Also wenn ich jetzt natürlich mich mit der dreimal verabredet habe zum Essen und so weiter, weil ich die mal so auschecken wollte, dann würde ich sagen, dann gilt das schon als Untreue, weil ja diese Intention dahinter steht. Wenn das aber wirklich so ist, ich sitze da jeden Tag am Arbeitsschreibtisch gegenüber in meiner Firma und jetzt habe ich irgendwie so dieses Gefühl im Bauch, dann kann ich ja nichts dafür. Wir kommen zu Frage 5 aus der Umfrage. Wenn man sich aktiv bei einer Dating-App anmeldet. Da haben wir aber ein richtiges Problem. Ja, da haben wir beide jetzt. Du kleines Frettchen. Genau. Da haben wir beide jetzt hot. Da werde ich mich auch anmelden und dann werde ich dich mal hart liken und dann werde ich mal fragen, was eigentlich mit dir los ist. Ja, das stelle ich mir eine wunderschöne Eskalation vor. Wenn man dann allein mit dir verziehen ist und auf einmal ist dann da deine Freundin. Mit dem Mittelfinger. Sven, ich sehe dich, du Idiot, Mann. Wie doof kann einer sein? Swipe jetzt nach rechts und wir reden darüber. Ich will einen super Like. Genau. Und sonst kannst du gleich aussehen. Nächste Frage. Wenn man ein Date mit jemand anderem hat. Ja, wenn es ein Date ist. Ach so, ja. Not. Also hot. Ja, hot. Also geht nicht. Erstaunlicherweise sehen in der Umfrage nur 50% der Männer das so und 65% der Frauen. Aber ein Date. Das ist ja, lass uns, also wenn ich mit einem Freund essen gehe, cool. Ja, das ist easy. Wenn ich sage, hör mal zu, Stefan, ich würde dich gerne ausführen auf ein Date explizit. Wenn man ein Date nennt. Wenn man ein Date nennt. Ja, ist es vorbei. Und es nicht so meint, wie ein Date landläufig gemeint ist. Das ist ja dann ein Treffen zum Kennenlernen, um eventuell, ob nun direkt oder wann anders, einen intimen Kontakt auszutauschen. So ist es. Und wenn das sozusagen in diesem Date-Vorhaben drin steckt, dann geht das nicht. Nee. Also was heißt, geht es nicht? Dann ist es zumindest untreu. Ja. Das verbiete ich. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Umfrage vom Dating-Portal Elite-Partner ist. Dementsprechend sind da vielleicht auch Leute angemeldet, die das Ganze etwas freizügiger auslegen. Ja gut, wenn du eine offene Beziehung hast und ein Date hast, easy number. Ja gut, aber das ist immer schwierig. Also offene Beziehung, wie gesagt, da kann man, man kann nicht untreu sein, also im Rahmen der Vereinbarung kann man nicht untreu sein. Ja. Und letzte Frage, wenn es einen Schritt weiter geht, wenn man dann wirklich einmalig mit jemand anderem Sex hat, also der Seitensprung? Auch. Jetzt ist natürlich, das ist jetzt natürlich spannend. Was findest du schlimmer? Das Date oder Sex mit jemand anderem? Also, ich glaube, ich finde beides ähnlich schlimm, aber der Sex, muss ich sagen, anders als das Rumknutschen. Der Sex kann sich, also zumindest in meiner Welt, nicht so spontan ergeben. Also der kann von mir aus natürlich sich spontan an dem Abend sozusagen, nur da passiert ja, also bis man mit einem Menschen so intim wird, dass man Sex hat und auch diese ganzen Prozesse, die man machen muss, also irgendwo hingehen, wo das geht, sich ausziehen, zumindest teilweise irgendwie ein Kondom und so. Hast du schon mal einen Berghalt? Ja, nein. Merkt man, ne? Ja, ja. Manchmal sind da 30 Sekunden dazwischen, ja ganz krise. Ja, ja, okay. Also da gehst du kurz auf Toilette und denkst dir, ach, guck einer an. Ariane, ich sag ja, in meiner Welt, da ist das Berghalt gar nicht so präsent. Genau. Und also da, glaube ich, da gibt es so viele Schritte dazwischen. Also jedenfalls, normalerweise, meistens, dass man nachdenken kann. Ja. Und dann wird das, glaube ich, das Sex haben automatisch zu einer sehr aktiven Entscheidung. Und aktive Entscheidungen finde ich immer problematischer als sowas sehr Intuitives, Schnelles, sehr Spontanes. Ja. Und deswegen finde ich Sex auch schlimm. Das Date, wenn es ein ernst gemeintes Kennenlern-Date ist, hat aber für mich dasselbe Level. Ja. Weil beim Sex könnte es noch so sein, dass man sich irgendwie einig ist und sagt, ey, wir finden uns jetzt gerade so heiß, aber safe, das ist jetzt nur das eine Mal und so weiter. Nicht cool. Nee. Ja. Aber bei dem Date, wenn ich da rangehe und sage, vielleicht bist du die Frau meines Lebens. So, also mit der Haltung da irgendwie rein hier. Und dann denke ich so, boah, das ist eine ganz schöne Frechheit meiner Freundin gegenüber, dass ich jetzt auschecke, ob vielleicht die andere diejenige ist, mit der ich dann irgendwie im Camper mit 67 um die Welt fahre. Ach, da freue ich mich. Also in den Umschlägen würdet ihr die Antworten finden, wie die meisten Männer und Frauen eben auf die Fragen geantwortet haben. Dürfen wir das aufteilen? Ihr dürft gerne aufteilen, wenn ihr denn wollt. Ihr müsst auch nicht alle nehmen, ihr könnt auch einzelne sozusagen euch rauspicken. Wir haben draufgeschrieben, wenn es um den Pornokonsum geht oder wenn es eben um den Kuss geht. Vielleicht könnt ihr ein, zwei, drei mal nachschauen. Ich habe, wenn man sich heimlich Pornos ansieht, Männer sagen nur zu 7 Prozent, dass das Fremdgehen ist oder Untreusein und Frauen zu 13 Prozent. Also gar nicht mal so wild. Wenn man sich bei einer Dating-App anmeldet, da sagen 44 Prozent, dass das Cheaten ist und 61 Prozent. Das möchte ich sehen, Heinrich. Wenn ich mich hier mal anmelde. 44 Prozent sagen... Es schieden. Mhm. Ja. Also für mehr als die Hälfte der Männer ist es anscheinend kein Betrug. Aber ich glaube wirklich, dass die da an sich denken. Ich glaube nicht, dass die an ihre Frau denken oder Freundin. Achso, achso. Ja stimmt, das kannst du ja... Die beziehen das mit Sicherheit auf sich. Wenn ich das jetzt machen würde, das wäre schon okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Frage gestellt werden würde an die Männer... Da musst du konkret sein. Wenn dein Partner oder deine Partnerin sich... Wenn deine Freundin sich heimlich bei Tinder oder Bumble oder so anmeldet... Oh ne, auf 90 Prozent. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Warte, ich habe auch was Interessantes mit mir. Also das haben übrigens auch Umfragen ergeben, dass es sehr unterschiedlich ausgelegt wird, ob man selbst betrogen wird oder ob man jemanden betrügt. Und da ist man dann schon etwas laissez-faire. Die Menschen sind einfach so scheiße. Solche Egoisten... Gott sei Dank hat sich irgendwann mal hingesetzt und die Scheißbibel geschrieben. Sonst wäre ja hier Sodom und Gomorra. Ich habe hier was Interessantes mit dem Verlieben. Wenn man sich in jemand anderen verliebt, aber nichts weiter passiert. Da bin ich jetzt echt gespannt. Weil ich finde ja, man kann dann ja nichts dafür. Mal gucken, wie die Leute das sehen. Ich sage 40, 30. Männer 30, Frauen 40. Du bist... Ariane, du kennst dich einfach aus. Oh, ich bin dabei, wenn wir zahlen kann. Männer 30 Prozent, Frauen 44 Prozent. Wirklich? Ja. Oh Mann, ey. Ich sollte in die Statistik gehen. Ich muss überhaupt niemanden fragen. Wenn ich eine Statistik aufmache, muss ich mich nur fragen. Und dann ist das repräsentativ. Also ihr seid heute schon Statistiker. Ihr seid schon Paartherapeutinnen geworden. Also heute Nachmittag mache ich irgendwas mit Orthopädie. Und dann, du Leute, meine Praxis auf. Bevor wir jetzt gleich zur Beantwortung unserer Frage kommen, unsere Hauptfrage heute, noch an euch die Frage. Ihr habt viel über eure Freundeskreise und so gesprochen. Aber wie ist es denn bei euch persönlich im Leben? Also gerne auch ein paar Jahre zurück. Gab es da schon Momente, wo mal so ein Microcheat an der Grenze war, wo ihr euch nicht sicher wart? Sicherlich habe ich mal in einer Bar mit jemandem geflirtet und bin dann zurück nach Hause gegangen. Aber dass man da so knapp dran war. Die Ariane ist halt einfach ein guter Mensch. Ja, ich bin einfach ein sehr schneller Beziehungshopper. Genau. Ja, das kann man natürlich auch machen. Wenn man die Beziehung so schnell wechselt, bevor man untreu wird, dann ist man ja nicht untreu geworden. Also ich bin, also nach meiner Definition, dadurch, dass ich ja da vergleichsweise entspannt und liberal bin und auch kein eifersüchtiger Mensch bin, also ich würde ja sagen, so flirten in einer Bar, wenn nichts weiter passiert, ist ja für mich auch keine Untreue. Also das hat es safe gegeben, aber das würde ich für mich ja gar nicht so definieren. Dementsprechend, glaube ich, habe ich da mir wenig vorzuwerfen. Ich war allerdings schon Teil von sozusagen vom Fremdgehen. Ah ja, das war ich auch mal. Andersrum, wo sie in einer Beziehung war und ich nicht. Aber dann, also das ist ja auch eine spannende Frage, inwieweit man sich da sozusagen mitschuldig macht. Ja, habe ich im Nachhinein erst rausgefunden und Oto, da musste ich lachen, da wurde gesagt, ja übrigens, habe ich dir erzählt? Ach was denn, habe ich vergessen. Ja, hast du mir erzählt, ist mir durchgerutscht. Wir haben uns auch so gut über das Essen unterhalten und da ist mir das Detail, dass ich eigentlich in einer Beziehung bin, ist mir gar nicht eingefallen. Das kann ja mal passieren. Ja, der war nämlich, hat er gesagt, ah ja, ich glaube, habe ich dir das schon erzählt, ich glaube, ich müsste dir das nicht erzählen. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich aber schon zwei Jahre zusammen und ich bin der noch nie fremdgegangen, aber jetzt war die halt schwanger und das Kind ist, das war drei Monate oder so. Und ich dachte, Alter, Alter. Und dann, wenn der gesagt hätte, ja, hör zu, ich bin in einer Beziehung und ja, ich bin mit dir jetzt fremdgegangen, was sagst du dazu? Hätte ich gesagt, ja, ist jetzt nicht so geil. Auf der anderen Seite, ja, lass mich mal überlegen. Aber so dachte ich mir, so mein Freund, also da lässt du mir nichts anderes offen, als zu sagen, ich verkehre nicht mit Arschlöchern. Ich muss das ja leider jetzt hier beenden. Also da dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kommen zur finalen Beantwortung der Frage. Micro-Cheating, ab wann ist es fremdgehen? Wir haben viele verschiedene Abstufungen gehört, Nuancen, Perspektiven auf das Thema. Wie würdet ihr es für euch jetzt am Ende beantworten? Ich finde, das Wort in meinem Leben ist falsch. Micro-Cheating, dann ist da schon das Cheaten da. Ja, ich würde es anders framen, weil ich damit mehrheitlich kein Problem habe, außer das mit der Dating-App. Das finde ich schon nicht so nice mehr, aber sonst denke ich mir, mein Gott, ja. Ari, du musst wirklich Sexualtherapeutin werden, denn Robert Cordes hat Folgendes gesagt. Weil Micro bedeutet ja eigentlich so, das entzieht sich so ein Stück weit der Betrachtung und Cheating, da steckt ja irgendwie Betrügen dahinter. Betrügen heißt ja immer, dass es da einen vorgegebenen Pfad gibt und dann mal ein Seitensprung. Und Micro ist natürlich auch seltsam, weil da steckt so die Idee dahinter, dass es so eine Steigerung gibt. Also Betrug ist Betrug, ob Mikro oder nicht. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, wir sind uns einig gewesen und offensichtlich sehen die Leute da draußen, dass manches anders, was ja auch cool ist. Aber bei mir verläuft die Linie eben anders. Ich finde ein Tinder-Profil anlegen, finde ich im Zweifel genauso schlimm, wie mit jemand anderem Sex haben. Und das würden, glaube ich, andere anders sehen, weil die sagen dann, ja, das ist ja Micro-Cheating, weil das ist ja nur in der App und es passiert ja nichts. Und bei Sex passiert bestenfalls relativ viel. So, und ja gut, es kann ja auch anders laufen. Genau, dann hat es sich gar nicht gelohnt. Oh geil, das würde ich dir so wünschen. Das ist der langweiligste Sex auf der Welt. Klasse, nur Ärger, nur Ärger, für nichts. Ich glaube, das ist für mich der Punkt, das ist eben das aktive Betrügen oder das aktive Untreusein. Das ist für mich das Problem. Also eine bewusste Entscheidung, wenn ich komplett Kraft meiner Gefühle und meines Geistes bin, dann zu entscheiden, ja, ich mache das mit dem Tinder-Profil, ja, ich verabrede mich für ein Date. Das ist für mich die Grenze, die nicht geht. Aber eine andere Frau anschauen oder zufällig merken, puh, die ist aber irgendwie hot und dann nichts zu tun, das ist völlig in Ordnung, das ist menschlich. Und inwieweit man darüber dann mit seinem Partner oder seiner Partnerin spricht, glaube ich, ist, das ist mir jetzt heute nochmal klarer geworden, auch durch die ExpertInnen, die wir gehört haben, das ist wichtig, aber genauso wichtig ist, sich zu überlegen, wann spricht man und wann spricht man nicht. Also das ist, glaube ich, nochmal so was, wo man echt drüber nachdenken muss. Da gibt es nicht so eine einfache Wahrheit wie immer raus oder alles verheimlichen, sondern ich glaube, da musst du echt immer genau gucken. Und das ist, glaube ich, gar nicht einfach, aber da liegt der Schlüssel. So ist es. Ari, Meini, vielen herzlichen Dank für eure Offenheit und auch für eure Anekdoten. Und wenn ihr jetzt, liebe du, informale Community, nach dieser Folge noch Zeit und Bock auf mehr Podcasts habt, dann habe ich einen Tipp für euch. Den neuen Psychologie-Podcast, Wie wir ticken, den machen die Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2 und SWR 2. Sie beantworten viele spannende und menschliche Fragen, passen zum heutigen Thema bei uns, warum viele so schnell eifersüchtig sind. Auf diese Fragen gibt es kluge Antworten bei Wie wir ticken, findet ihr in den Shownotes und den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek. Und bei Duo Informale, da geht es nächsten Donnerstag weiter. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann findet ihr uns auf YouTube und in der ARD Mediathek. Feedback und Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben oder per Mail an duoinformale-at-br.de. Autorin der Folge war Viktoria Marziniak, Schnitt und Produktion Matthias Alma und Sebastian Greime und Redaktion Matthias Hacker. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön euch. Ich würde sagen danke. Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen und danke Sebastian Meinberg. Danke Ariane Alter, bis nächste Woche ihr alle. Ihr alle kleinen Frittchen. Wenn ich einen von euch auf einer Dating-App sehe, dann rass dich aus. Also mir wäre vor allem wichtig, dass ihr uns treu bleibt. Absolut. Sonst rass dich aus. Und das will keiner. Was natürlich jetzt sehr spannend ist, was ihr sagt. Was ist für euch Betrügen? Das schreibt mal unten in die Kommentare. Wann fängt es an? Und wann hört es auf? Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander.